Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Maybelline 24-Tage-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die nächste Show und viel Spaß mit dem Video. 54,95 Euro habe ich dafür hingelegt. Ich weiß nicht, ob der teurer geworden ist als letztes Jahr. Muss ich nochmal recherchieren. Ich finde ihn optisch auf jeden Fall wunderschön. Wunderschön. Ich setze euch dazu den Link in die Infobox. Also ich habe den gekauft bei Zalando und ja, also es gibt verschiedene Varianten. Es gibt einmal den pinken mit 24 Tagen, es gibt den lilanen mit 31 Tagen und safe wird es auch noch kleine geben. Wir haben hier so einen Blick aus dem Flugzeug auf das verschneite Manhattan und es sieht wunderschön aus. Nein, es ist nicht Manhattan, es ist New York. Oder ist es doch Manhattan? Man weiß es nicht. Ist der Schuber entfernt, sehen wir hier auch einen wunderschönen Adventskalender. Also den stellt man sich safe gerne hin. Wir haben einen Boxen-Adventskalender. Also es sieht schon schön aus, ne? Dann wollen wir mal starten. Hier habe ich den 1. Dezember. Hier habe ich eine Mascara drin und zwar ist das ein Klassiker. The Colossal von Maybelline. Das ist einmal diese hier. Und ja, also das ist eine schöne Mascara in der Originalgröße. Finde ich klasse. Ich habe so ein paar Maybelline Produkte von mir selber hier schon auf meinen Tisch gelegt. Und ich hoffe, dass wir hier bei dem einen oder anderen Wirkslein auch unterschiedliche Produkte zu letztem Jahr entdecken dürfen. Das würde mich nämlich echt freuen, weil wenn man halt so Fan ist, dass man halt sowieso immer den Adventskalender kauft, möchte man ja auch so ein bisschen in die Neuheiten und in das breite Sortiment reinschnuppern. Und apropos reinschnuppern, wenn du ganz neu hier bist und gerade so in diesen Kanal reingeschnuppert hast, wäre es richtig cool, wenn du mich auf meiner Reise begleiten würdest und mich abonnieren würdest. Also es würde mich echt von Herzen freuen. Wir haben gerade die 35.000 Grenze erreicht. Also der Wahnsinn. Ich bedanke mich an, also wirklich, also ich bedanke mich bei allen von euch. Ein Dank geht an alle von euch, die auf den Abonnierbutton geklickt haben und mich damit halt wirklich sehr, sehr unterstützen. Also richtig cool. Dann verpasst du halt auch kein weiteres Video von mir. Hier kommt mindestens eins pro Tag. Ja, da bin ich etwas eskalativ. Gut, hier habe ich auf jeden Fall den 2. Dezember und da geht dann die Weihnachtsreise weiter mit einem wunderschönen Lippen-Nagelprodukt. Es ist ein bisschen warm hier. Das ist in der Farbnuance Blanc-Nacré-Purly-White. Ja, das ist definitiv eine weiße Perle. Und ja, ich hoffe, dass wir hier auch ein paar Nagelprodukte, Lippenprodukte, Augenprodukte finden. Base-Produkt ist immer ein bisschen schwierig, aber so das ein oder andere. Also das ist definitiv auch sehr, sehr universell verwendbar. Und wenn du dir einfach nur so einen Nagel in der Farbe machst und den Rest irgendwie in Rot oder in Blau oder so. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und die ist sehr, sehr leicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Augenprodukt, ne? Ja! Oh, ich glaube, der ist neu, oder? Hyper Precise Matt ist das. Ein, ja, Eyeliner. Oh, ich liebe Eyeliner. Und das ist so ein richtig schöner Liquid Eyeliner. Da geht mir das Herz auf, ne? Muss ich wirklich sagen. Und da haben wir so einen Schwämmchen-Applikator. Ach, das ist cool. Ich habe nämlich jetzt aktuell nur einen blauen von Maybelline. Jetzt habe ich auf jeden Fall auch noch einen schwarzen. Hier haben wir die Nummer 4. Also ich muss gestehen, von der Qualität her ist dieser Adventskalender oder von der Verpackung her so ein bisschen aktuell Revolution-Style, ne? Also das ist nicht mehr so hochwertig, wie sich das sonst irgendwie angefühlt hat. Wobei letztes Jahr war das ja, glaube ich, auch eh einer zum Liegen. Oh, wow! Wir haben hier einen Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Hydrating Primer in der Originalgröße. Das ist ja wohl mal richtig geil. Also so einen Primer in Adventskalender reinzupacken, finde ich persönlich immer super. Da kann wirklich, da können viele was mit anfangen. Ich habe den selber auch da. Da kann ich euch ja mal zeigen, wie das so aussieht, wenn man sich da was von drauf macht. Also auf die Hand einfach jetzt, ne? Der kommt einfach so, ja, weiß raus, wie so eine Creme. Und dann verteilt man den. Und der ist eher feuchtigkeitsspendend als glitzern. Also du hast ja jetzt, ne, diesen Glanz eher so durch das Produkt selber, also durch die Inhaltsstoffe quasi. Riecht so weit nach Creme. Also ich finde den auch sehr, sehr angenehm. Das waren rein. Und, ähm, ich finde das klasse. Also sowas ist, glaube ich, auch ein Allrounder-Primer für sehr, sehr viele Hauttypen geeignet. Mega! Am 5. Dezember sind wir jetzt nun angekommen. Ein Tag von Nikolaus. Ich weiß gar nicht. Also ich jedes Mal aufs Neue frage ich mich, ne? Welcher Adventskalender ist jetzt für welches Land konzipiert? Und ist jetzt die 6 dann auch wirklich Nikolaus? Und die 5 ist irgendwie dann normaler Tag. Ich glaube schon, weil hier haben wir einfach einen Pinsel drin. Den habe ich noch aus dem letzten Adventskalender. Der ist richtig toll. So ein Katzenzungen-Pinsel. Habe ich aber letztens erst verwendet. Den habe ich jetzt gerade hier nicht auf dem Tisch liegen. Ähm, mit dem kann ich halt richtig toll so Glitterglue auf meine Augenlider drauf machen. Das, wenn ich danach so einen Schimmer-Lidschatten verwende. Ne? Das ist alles ein bisschen besser hält. Damit kannst du halt generell super schön präzise arbeiten, Schimmertöne auftragen. Ein toller Pinsel. Und ich mag es auch, wenn wir so das ein oder andere Tool hier drin finden. Ich glaube nicht, dass Maybelline solche Pinsel bei sich im Standardsortiment drin hat. Habe ich bislang noch nicht gesehen. Aber im Adventskalender finde ich das ganz gut aufgehoben. Ne? Der fällt mir hier gleich um. Äh, Nikolaus. Der 6. Dezember. Darf dementsprechend auch gerne was Besonderes sein. Und natürlich packen die hier einen richtig schönen Lippenstift mit rein. Superstay Ink Crayon habe ich hier. Und der ist in der Farbe 15, Lead the Way. Ich meine auch, dass wir sowas im letzten Adventskalender oder irgendwo mal mit drin hatten. Ist eine sehr schöne, tragbare Farbe. Komm, ich packe den jetzt auch mal aus. Denn ich habe solche noch gar nicht hier. Und das ist halt echt so ein Stift, ne? Finde ich echt aufregend. Den swatchen wir. Achso, das ist dann quasi auf dem Primer. Ja, dann ist der ein bisschen schierer. Vielleicht, wenn ich den hier swatche. Ja, da ist der ein bisschen intensiver. Ne? Das sieht man auch, glaube ich, ganz gut den Unterschied. Hier sehen wir auf jeden Fall jetzt den Lippie. Und den finde ich schön. Den werde ich behalten. Schöner Newton. Mag ich. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember. Hier haben wir einen Eyeliner drin enthalten. Und zwar ist das ein Tattoo Liner, Automatic Gel Pencil. In der Farbe 020 Gray. Crazy. Also auch mal eine etwas andere Farbe für ein Kajal, ne? Kann man sich sicherlich super in der Wasserlinie auftragen. Oder auch so auf dem Lied als Eyeliner. Die Nummer 8 darf machen. Das ist Krach. Das hat sie auf jeden Fall gerade gemacht. Weil die Nummer 21 auch direkt runtergeflogen ist. Hier haben wir ein Farce Gel Nail Lacker drin. Das ist einmal dieser hier in der Farbe Bit of Blush. Also auch das ist eine schöne Farbe. Die kann man safe auch sehr, sehr gut mit diesem Pearl kombinieren, ne? Ich bin ja eher so punterbunt unterwegs. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Leichtes freuen. Und da haben wir einen Lip Liner drin. Die Color Sensation Lip Liner sind sehr, sehr gut. Und ich habe die Farbe Dusty Rose. Irgendwas in Dusty Rose habe ich auch schon da. Aber ich glaube nicht von Maybelline. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ton. Ich gucke gerade mal hier so nie. Den habe ich jetzt so nicht. Kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Oder habe ich den sogar schon mal aufgebraucht? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe eben meine Hand so ein bisschen abgewischt. Oh, warte. Das watche ich euch mal den Lip hier auch nehmen. Weil ich glaube, die beiden harmonieren sehr schön miteinander. Ja, guckt euch mal diesen Verlauf an. Die passen sehr, sehr gut zusammen. Das mag ich ja gerne, ne? Wenn man im Adventskalender Direktprodukte hat, die ein Match zueinander sind. Da freut sich mein kleiner Monk in mir drin. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Oh, ja. Ein Pflegeprodukt haben wir jedes Jahr mit im Adventskalender. Da haben wir einen Augen-Make-up-Entferner. Das passt definitiv auch zu dem ganzen Drumherum, ne? 150ml ist ja eine Originalgröße. Und ja, Maybelline hat das... Die haben jetzt nicht so super viel irgendwie nicht-dekorative Kosmetikprodukte. Und dann sowas mit reinzupacken ist passend. Wir haben Augenprodukte. Deswegen ist es okay. Ich denke mir jetzt nur gerade schon, schon bevor wir hier irgendwie, ne? Da sind einige Sachen mit dabei, die mir sehr bekannt vorkommen. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, enthält auch einen Tattoo-Liner. Und zwar ist es ein Gelpencil in der Farbe Smooth Walnut. Also, ja, 911. Das ist eine, ja, ein walnussfarbener Tattoo-Liner, so als Kajal für die Augen. So, kommen wir zur Halbzeit. Der 12. Dezember. Hier haben wir was Größeres, Leichtes drin. Ah, praktisch. Eine Wimpernzange hatten wir, glaube ich, letztes und vorletztes Jahr haben wir, glaube ich, jedes Mal mit drin. Ja, kann man sehr gut gebrauchen. Ich verwende am liebsten die von Catrice, weil die halt hier oben auch noch so Zacken drin hat. Die greift richtig schön, die Wimpern, ne? Aber eine Wimpernzange generell, finde ich persönlich, ist generell, generell immer so ein schönes Must-Have-Produkt. Das kann man auf jeden Fall gut machen. Wenn ich mir jetzt die Hälfte vom Adventskalender angucke, ja, haben wir hier durchaus schöne Produkte drin. Wenn man den letztes Jahr vielleicht noch nicht gekauft hat, freut man sich auch drüber, weil das dann auch neue Produkte sind. Wir haben hier sehr viele Eyeliner schon am Start. Also einen normalen Eyeliner. Also einen normalen, die sind, ne, Filz-Eyeliner. Wir haben schon zwei Gel-Eyeliner. Da darf jetzt maximal, meiner Meinung nach, nur noch einer zukommen. Ein bisschen was für die Lippen haben wir schon mit dabei. Ein bisschen was für die Nägel. Auch da darf meiner Meinung nach nur noch ein weiteres Nagelprodukt kommen. Eine Mascara. Ja, ist eine gute Mischung. Ist auch gut verteilt. Also wir gucken jetzt mal weiter, ne? Auch der 13. Dezember fühlt sich etwas schwerer an. Mal gucken, was er uns bieten kann. Haben sie letztes Jahr auch gemacht? Fand ich letztes Jahr auch nicht gut. Maybelline Fit Me Concealer habe ich hier in der Farbe 015. Wir gucken uns die Farbe an. Also, ich bin kein Vergleich. Denn ich bin ja vom Hautton eher so transparent. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Farbe sehr vielen passen wird. Die anderen gehen halt leer aus an dem Tag, ne? Was willst du denn sonst damit machen? Also, ich kann es nicht als irgendwas sonst verwenden. Schade. Wirklich, wirklich schade. Der 14. Dezember ist nun wieder etwas leichter unterwegs. Und enthält auch das ist... Also, jetzt wären sie gerade ein bisschen mutig, frech. Man weiß es nicht. Medium Brown 04 ist es Express Brow Fast Sculpt Mascara. Also, nee. Tut mir nicht leid. Aber das gehört nicht in einen Adventskalender rein. Wenn man nicht weiß... Also, mach doch einfach auf den Adventskalender sonst irgendwie... Ich meine, ja, es steht außen dran, welche Farben enthalten sind und welche Produkte enthalten sind. Aber gib doch wenigstens dann den Menschen, die die Adventskalender kaufen, die Wahl. Nachdem ich dann zwei Tage leer ausgegangen bin, haben wir hier den 15. Dezember. Und das ist ein Nagelprodukt. Maybelline Express Manicure 3 in 1 Strength Wear & Shine. Stärke, Halt und Glanz. Ein Nagelhärter. Okay. Das kann man sich dann vielleicht als Basecoat drauf machen oder wenn man halt keinen Nagellack drauf hat. Einfach so, ne? Wie man das halt auch so von diesen... Wie heißt das nochmal? Da gibt es ja auch so ganz fancy Geschichten. Ja, guck, die Stubenfliege ist ja auch mit am Start. Dass man das halt immer wieder halt erneuert. Genau, hier steht es... Ne, Nagelhärter, Unterlack und Überlack in einem. Das ist abgefahren. Kommen wir zum 16. Dezember. Der ist etwas leichter an Start. Oh, auch wieder ein Eyeliner. Meiner Meinung nach dann der bitte letzte. Tattoo Liner in der Farbe 070 Sleepless Sapphire. Und der Name sagt es euch schon. Wir haben hier einen blauen. Und das ist doch mal ein bisschen was anderes, ne? Das ist nicht so diese Basic, ähm, darf man nicht sagen Wort, ähm, die man halt sonst in Adventskalendern immer drin hat, sondern es ist mal ein bisschen was Ausgefallenes. Liebe ich total. Und das bringt vielleicht auch diejenige oder denjenigen, der oder die, die den Adventskalender auspackt, auf etwas kreativere Ideen. Ich finde es schön. Machen wir weiter am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, mit einem sehr langen Kläppchen, äh, ja, eine Nagelfeile. Mhm. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ist eure Adventskalenderpreisgrenze für Nagelfeilen? Ich hätte jetzt 50 Euro gesagt. Aber mittlerweile ist das Ding ja, dass alles teurer wird. Dementsprechend muss ich vielleicht so das hochschrauben, dass ich auf 60 Euro gehe. Joa, Nagelfeile kannst du gebrauchen. Das ist ein Tool, das ist cool, das ist brauchbar, das ist irgendwie sinnvoll. Jeder braucht eine Nagelfeile irgendwie, also okay. Aber nee, da soll jetzt ein bisschen mehr Krassobitti kommen, ne? Der 18. Dezember, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, fühlt sich nach einem Nagellack an und es ist ein Lippenstift und zwar in der Farbe 207 Pink Flink Cream. Ja, das ist einer von den Lippenstiften, die ich persönlich auch sehr, sehr gerne von Maybelline mag und, ähm, der sieht einfach schön aus, der sieht auf den Lippen meistens auch richtig schön aus. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr tragbare Farbe, wo viele sich drüber freuen werden, ne? Na, dann gucken wir mal, ob es jetzt am 19. Dezember genauso nicey weitergeht. Ähm, Maybelline Line Refine Expression Kajal, ein Softcool Liner, 33 Black, ja, komm, also der vierte Kajal und der fünfte Augenumrandungsstift. Ich meine, der gehört klassischerweise hier rein, aber weiß ich nicht, ob ich den jetzt so gebraucht hätte. Der 20. Dezember. Oh, hier haben wir ein Blush. Das ist einer von diesen Cheek Heats, äh, Sheer Gel Cream Blush in der Farbe 20 Rose Flesh. 10ml sind hier drin. Und, äh, ja, ich glaube generell diese ganzen Cream Produkte sind jetzt ja auch aktuell mega angesagt, deswegen macht es durchaus Sinn. Ich hatte den schon mal da, bei mir hat er leider nicht so gut performt, weil wenn ich halt zum Beispiel Blush Bronzer Highlighter verwende, jetzt heute habe ich mal einen Full Face mit neuen Produkten gemacht, das Video kommt bald online, ne? Ähm, dann ist es halt immer so eine Sache, den habe ich halt nicht so wirklich gesehen, aber für den Alter kann ich mir den sehr schön vorstellen. Der 21. Dezember fühlt sich sehr schwer an, und dann gucken wir mal, wie der uns beglücken kann, mit einem klassisch roten Nagellack Superstays, äh, Forever Strong 7 Days, das ist die Farbe, äh, Cherry Sin 501, ein schönes Kirschrot, ich glaube, da freuen sich viele drüber, gehört auch in den Adventskalender mit rein, aber jetzt muss auch mal so langsam gut sein, und das war ein Reim, denn wir haben schon vier Nagelprodukte. Gut, es sind drei Farbprodukte und ein Base- und Topcoat, deswegen, ne, das passt, das ist für mich jetzt ein Buches zu, mehr brauche ich nicht. Maybelline hat ja nicht nur Kajalstifte und Nagelprodukte, ne, die sollen mal sich hier ein bisschen besser mit dem Adventskalender repräsentieren. Die Nummer 22, zwei Tage vor Heiligabend, und die zweite und letzte Schnapszahl ist nun am Start. Und hier haben wir ein Spoolie drin. Brauche ich, mag ich, finde ich toll, aber wir haben jetzt hier, ne, schon sehr viele Tools, also mit dem Spoolie, dann haben wir den Katzenzungenpinsel, dann auch diese, diesen, ähm, ja, Wimpernzange und auch die, ähm, Nagelfeile. Reicht. Dann haut mal raus hier, 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, ne, muss dann schon ein bisschen mehr kommen. Ja, einen Lip Liner haben wir jetzt hier mit dabei, das ist der Color Sensational in der Farbe Sweet Pink, 132. Das ist, äh, einer von denen, die ich persönlich leider nicht so genial finde, weil die doch relativ hart sind. Ist aber eine schöne Farbe. Das kann man nicht anders sagen. Wird sicherlich auch sehr gut hier zu dem hier passen, ne. Das heißt, wir haben halt, ähm, beide Lip Liner und Lippenstift-Kombinationsmöglichkeiten hier mit dabei. Das ist gut, das ist gut. Ja, und in der 24 wissen wir, glaube ich, alle, was drin ist, weil das stand vorne drauf. Und zwar, Trommelwirbel befindet sich am 24. Dezember an Heiligabend. Und nicht etwas anderes als die Sky High Mascara in Pink Air. Anhand dieser Mascara ist ja, glaube ich, der komplette Adventskalender designt worden, ne. Ich mag sie gerne, sie ist sehr, sehr haltbar. Ich mag sie vor allem in der schwarzen Verpackung richtig gerne und die ist halt wirklich pink. Das ist keine schwarze Mascara, sondern es ist eine pinke Mascara, die man sich zum Beispiel an den unteren Wimpernkranz richtig toll geben kann, wenn man da Farbakzente setzen möchte, ne. Das ist auf jeden Fall was abgefahrenes und ich finde es auch cool, bin ich ehrlich. Es passt sicherlich auch richtig gut looktechnisch hier mit dem Lip Liner und auch dem Lippi. Dann haben wir ja auch hier diese Rose Flash Geschichte von dem Blush her. Das ist richtig cool und auch dieser Nagellack passt da farblich ganz toll zu. Also das ist schon vom Konzept her gut überlegt. Und dann kommen wir auch direkt mal zum Fazit von dem Adventskalender. Es sind, ich sag mal, ungefähr die Hälfte der Produkte. Alte Bekannte, die wir vielleicht schon im letzten Jahr oder in den letzten Jahren erlebt haben. Ich finde auch, dass die Base Produkte nicht ganz so schlau gewählt worden sind, dass die Zusammenstellung des Adventskalenders nicht so genial ist. Und ich glaube auch, dass sie das genau deswegen gemacht haben, weil die halt nochmal einen mit 31 Tagen rausgebracht haben. Der kostet nochmal 30 Euro mehr, glaube ich. Ich glaube, der war bei 89,99. Dann ist halt die Frage, lohnt sich der mehr? Ich weiß es noch nicht. Ich muss den selber noch auspacken, dann kann ich euch dazu was sagen. Aber ich persönlich bin von diesem Adventskalender, ganz ehrlich, so unter uns, nicht ganz so überzeugt. Also da wird es sicherlich dieses Jahr bessere geben. Ich finde, er fühlt sich super klapprig an. Ich finde, dass er nicht so geil bestückt ist, wie Maybelline es hätte machen können, weil die haben richtig gute Produkte im Sortiment. Mir fehlt da noch was. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Da können wir einfach uns austauschen. Generell für 55 Euro ist das ein guter Adventskalender. Du hast ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn du jemandem einen Adventskalender schenken möchtest, wo du halt verschiedene Sektionen von Make-up abdecken möchtest, ist der eigentlich auch ganz gut geeignet. Achte aber darauf, dass diese Person vielleicht ein bisschen dunkler ist vom Hautton als ich, aber nur ein bisschen. Und dass diese Person vielleicht auch brünett ist, dass die Person auch alle Produkte vielleicht verwenden möchte und auch vielleicht mal Bock auf eine pinke Mascara hat. Sonst ist das vielleicht nicht ganz so geil vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Naja, Preise habe ich euch so oder so eingeblendet. Und schaut gerne auch für eine zweite Meinung bei Nicole von Schickitas Place vorbei. Die lädt nämlich auch genau jetzt ihr Video hoch. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!